hallo also jetzt habe ich gerade noch entdeckt hier in dem außenposter hat es noch eine jagd quest die werde ich dann jetzt auch gleich noch machen und zwar bei pisswetter in der nacht mal schauen ob das möglich ist also ich habe ja gerade eben meine tasche aufgerüstet und ich kann jetzt ich glaube acht granate 12 granate mit mir tragen also das heißt es dürfte in zukunft keine probleme mehr geben mehrere gegner auszuschalten also jetzt muss ich irgendwie hier runter kommen ohne mir die beine zu brechen gucke ich mal also hier ist keine möglichkeit mache ich es jetzt einfach mal auf risiko und lass mich mal hier am rand runter rutschen und schau was passiert okay nichts passiert hier geht es weiter hier nehme ich dann erst noch die kiste mit bevor ich mir die waffe hol okay also mit was soll man es machen mit einer mp dann werfe ich gerade mal meine mp weg die genug munition ist verfügbar und dann laufen wir gerade mal dahin wo die tiere die mir da töten müssen äh tötemüster sind so ein tiger bei rege jager ein traum mal schauen was die aushalten ja ohne schalldämpfer das ist natürlich optimal okay das war knapp dem sinnfall nehme ich mir jetzt mal mit weil ich weiß nicht ob ich das noch brauche aber tier 1 von 3 erledigt jetzt kommen wir noch die andere zwei das problem ist ich kann die jetzt nicht brille hören wegen dem regen das macht es um einiges schwerer also jetzt tötete ich gerade mal den hier uh das war schlecht das war schlecht schlecht stirb katze zum glück habe ich die fertigkeit mitgenommen während dem sprinte nachladen und schon wieder komm jetzt stirb ok die mp ist echt so ein arsch die ist echt scheiße so jetzt einen brauchen wir noch erstmal heile ok wie es aussieht hat es hier gerade keinen mehr aber jetzt höre ich was wenn ich einfach mal hier unten weiter suchen ok jetzt nichts mehr also gehen wir mal der berg wieder hoch eventuell hat es hier oben ja noch ein ok das ist ein ziemlich großes gebiet wo die verteilt sind jetzt mal schauen ob ich den überhaupt noch finde hier ok ok wo könnte das sein ich laufe jetzt einfach mal das gebiet ab in der hoffnung dass der irgendwo rumlungert nehm ich mir mal die kirche damit noch ich habe auch nicht schlecht ok da gehts ok jetzt so langsam sieht es eher schlecht aus dass ich mir den tiger noch finde ah da ist ja schon ich probiere es jetzt einfach mal von hier oben irgendwie dann zu treffen das wird mir wahrscheinlich nicht allzu gut gelingen aber ich probiere es so jetzt laufe ich mal hinterher oh jetzt hat er uns gesehen ok und das war's da ok ich verabschiede mich für dieses mal bis zum nächsten mal also zum nächsten mal zum nächsten mal zum nächsten mal